Die Täuschung des Geldes Wann immer Geld verwendet wird, entwickeln sich schnell starke Bestrebungen, alles von diesem abhängig zu machen. Dazu gehört auch das bewusst falsche Versprechen der Betreiber eines Geldsystems, dass es mit Geld allen gut gehen wird. Jeder bekommt ein lebenswertes Vermögensniveau, Frieden, Freiheit und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Es fördert gegenseitiges Vertrauen und den Fortschritt, wenn nur alle mitspielen. Wenn wir auf die Geschichte des Geldes zurückblicken, soweit es eben geht, stellen wir fest, es gibt kaum eine größere Lüge als eben dieses Versprechen. Denn nirgendwo gibt es mehr gegenseitiges Misstrauen, mehr Verbrechen, mehr Unterdrückung und Grausamkeiten als im Zusammenhang mit Geld. Es schafft Armut und verhindert immer wieder Fortschritte für die Menschheit, die einen besseren Umgang mit dem Lebensraum Erde, mehr Frieden und mehr Freiheit bedeuten würden. Im Gegenteil, zur Förderung des Profits werden Lebensraum und Gesundheit zerstört. Wurde Geld erst mal eingeführt, erzeugt es Ängste in jedem am Geldsystem beteiligten Individuum. Die Betreiber fördern ganz bewusst lediglich nur Träume von Freiheit. Im Feierabend und im Urlaub lässt man die Menschen eine ganz bestimmte Illusion von Freiheit spüren. Nämlich nur die Art von Freiheit, wie sie sich die Vermögenden vorstellen. Mit Bediensteten, untergebenen Angestellten in Form von Hotelpersonal und mit ein bisschen Abenteuer, wenn man den Aufpreis zahlt, versteht sich. Und ohne Kriege kommt kein Geldsystem aus. Die Ängste In verschiedenen gesellschaftlichen Schichten mit verschiedenen Vermögen werden unterschiedliche Ängste erzeugt. In Kreisen mit geringem Vermögen verbreitet sich die Angst, sich nicht mehr mit dem Lebensnotwendigen versorgen zu können. Eine Versorgungsangst, die teilweise durchaus berechtigt ist, wenn auch mit völlig anderen Ursachen als die täglich propagierten. In Kreisen mit weniger großem Vermögen ist es die Angst, auch dieses kleine Vermögen zu verlieren, sowie das Gefühl einer Erleichterung des Lebens und ein bisschen mehr Freiheit, da auch teurere Güter gekauft werden könnten. Daher streben alle nach größtmöglichem monetärem Vermögen als vermeintliche Sicherheit und gesteigerte Freiheit. Mit Sicht auf ein vermeintlich leichteres Leben und eine vermeintlich größere Freiheit ergibt das den ersten Grund, möglichst vieles gegen Geld anzubieten, um möglichst viel davon zu erhalten. Vor allem Menschen mit geringerem Vermögen haben jedoch nichts weiter als ihre Arbeitskraft, die sie verkaufen können. In einigen Regionen der Erde werden noch Teile des eigenen Körpers verkauft. Und je höher das Vermögen und der Lebensstandard steigt, desto höher ist die Abhängigkeit vom Geldsystem, desto erpressbarer werden die Menschen, desto größer die Angst, alles zu verlieren, wenn man das Spiel des Geldes nicht mitspielt. Und mit dieser Angst werden alle auf Linie gebracht. Sicherheit Um ein Geldsystem sicher und dauerhaft zu installieren, ist es vorteilhaft, vor allem lebensnotwendige Ressourcen vom Geldeinsatz abhängig zu machen. Dazu zählen Lebensmittel, Energie und Lebensraum bzw. Wohnraum. Daraus ergibt sich ein weiterer Grund, jeglichen Handgriff gegen Geld anzubieten. Damit fungiert Geld auch als Repressionssystem, solange diese Güter sich in der Hand einer vermögenden Elite befinden oder in der Hand einer Minderheit, welche durch eine Elite zur Obrigkeit erhoben und von dieser kontrolliert wird. Weil Menschen sehr einfallsreich sein können, um an diese Dinge zu kommen, ist ein zusätzlicher Repressionsapparat erforderlich, welcher die Einhaltung der aufgezwungenen Regelung, diese Güter ausreichend nur gegen entsprechende Geldmengen zu erhalten, kontrolliert, sichert und auch durchsetzt. Zumindest so lange, bis das Verhalten zur Selbstverständlichkeit zur Normalität geworden ist. Aber auch um jede Rückwendung zu unterbinden, vom Geldsystem unabhängig zu werden, was eine dauernde Einrichtung notwendig macht. Das schließt jede Art von Selbstversorgung mit ein, Der Repressionsapparat besteht in der Regel aus uniformierten Einheiten und Behörden. Sie sollen die Ordnung sichern. Armut Mit der Einführung von Geld und Handel wurden gleichzeitig die Möglichkeiten zur Verarmung erhöht. Bei einer Naturkatastrophe kann ein Individuum immer noch in ein Gebiet ausweichen, das von der Katastrophe nicht betroffen ist. Eine Naturkatastrophe geht auch irgendwann vorbei. Doch wenn die Selbstversorgung allein von Geld abhängig ist, kann nicht ausgewichen werden. Wenn Obstbäume zu eingezäunten Plantagen gehören, Gemüse nur noch auf Feldern und in Gewächshäusern als Ware heranreift, wenn alles nur noch der monetären Verwertung unterworfen wird, wohin soll dann jemand ausweichen, der kein Geld hat? Selbst das Reisen ist mit monetären Kosten verbunden. Wir Menschen sind demnach nicht frei, sondern sitzen in einem monetären Gefängnis. Und auch das fördert, mehr oder weniger bewusst, die Bereitschaft zu Gewalt, wenn der Überlebenstrieb keinen anderen Ausweg mehr sieht. Um an Geld zu gelangen, ist der Verkauf von anderen Gütern meist Arbeitskraft erforderlich. Viele früher existierende Gemeingüter dienten der Sicherung der Versorgung der Gemeindemitglieder, und zwar ohne Gegenleistung. Das verminderte die Wirkung der repressiven Maßnahmen der Obrigkeit. Daher wurden sie in vielen Teilen der Welt abgeschafft. Mehr Geld zu eignen, schützt nur augenscheinlich vor Armut. Übersehen wird dabei, dass Geld jederzeit und unter Umständen auch recht plötzlich seinen Wert verlieren kann. Entweder durch geldtechnische Manipulation, Gesetze der Obrigkeit oder durch die Gesetze der Geldlogik beziehungsweise des Marktes. Zudem kann ein Individuum durch andere Maßnahmen ausgezehrt werden. Durch Wegfall des Marktes, durch einen unvorteilhaften Vertrag, plötzlich steigende oder sinkende Preise, marketingtechnische Manöver der Konkurrenten und andere Dinge. Fortschritt Die Industrie erzählt uns immer wieder, dass es ohne Geld keinen Anreiz gäbe, neue Produkte zu entwickeln. Schließlich ist die Industrie und, wie immer wieder betont wird, der Mittelstand sehr kreativ darin, Verkaufbares zu erfinden. Doch die besten Entwicklungen gab es nicht dann, wenn das Ziel der monetäre Gewinn war, sondern der Nutzen. Das Kapital selbst, um es mal so auszudrücken, ist nicht besonders einfallsreich. Daher werden gewinnversprechende Ideen regelmäßig eingekauft. Und gefördert wird vor allem, was Gewinn verspricht, nicht Nutzen. Daher wurde Grundlagenforschung auch lange Zeit vernachlässigt, weil kein unmittelbarer Gewinn daraus zu ziehen ist. Aber ohne diese gibt es auch keine weiterführende Forschung. Das wird von der Industrie, welche die Gelder zur Verfügung stellt, oft nur widerwillig zugegeben. Aus vielen nützlichen Bereichen ist eben keine unmittelbare Rendite zu generieren. Wie viel Wissen wird verheimlicht, wenn es darum geht, monetäre Profite zu sichern? Wie viel Nutzen wird mit Patenten unterdrückt? Es ist kein Zufall, dass neue, umweltfreundlichere Transportmethoden nicht umgesetzt werden. Mit den aktuellen lässt sich mehr monetärer Profit generieren. Das gleiche Spiel sehen wir in der Energiegewinnung, in der Gesundheit und vielen anderen Bereichen. Geld trägt also weit weniger zum Fortschritt bei, als es ihn verhindert. Das gilt auch für die Wissenschaft. Sehr viel Unfug wurde und wird auch dort erzählt und als Wissen gelehrt, das nur dazu diente, an Forschungsgelder zu gelangen. Vieles davon hat sich im Nachhinein schlicht als falsch herausgestellt. Und das wird aktuell sogar verstärkt fortgesetzt. Wer nicht die Narrative der Geldelite zu deren Vorteil darstellt, wird wirtschaftlich und sozial angegriffen, wenn möglich zerstört. Erkenntnis Es ist eine Täuschung und eine leere Versprechung der Geldgläubigen, der Anhänger des freien Marktes, dass ein Geldsystem jedem die Möglichkeit bietet, seinen Lebensstandard mit gutem Auskommen zu erreichen. Einzelnen durchaus, aber eben nicht allen, jedenfalls nicht gleichzeitig. Das gibt die Geldlogik nicht her. Es ist eine Täuschung eben jener, dass mittels Geld jeder sein Leben so gestalten kann, wie er es möchte. Das gilt nur so lange, wie es den Marktinteressen, der Marktwirtschaft, den Machtinteressen der Geldgläubigen, der Geldmächtigen nicht widerspricht und ihre Macht nicht gefährdet. Die Wahrheit in Geschichte, Wissenschaft, Technologie und Gesundheit ist gefährlich, da sie die Gewinne und Macht gefährdet. Daher wird sie manipuliert und verfälscht, damit das Lügengebäude erhalten bleibt. Jedem, der nach Geld und Reichtum strebt, sollte bewusst sein, dass er jedes Stück Zahlungsmittel, das ihm zufließt, anderen wegnimmt. Und derjenige, von dem es ihm zufließt, muss es vorher anderen weggenommen haben. Wie, ob zum beiderseitigen vermeintlichen Vorteil oder nur zum Einseitigen, ob erzwungen oder freiwillig, ob zum eigenen Überleben gerade notwendig oder aus purer Lust, ist unerheblich. Es sollte ihm bewusst sein, dass er damit andere quält und tötet. Ob direkt durch Veranlagungen in der Rüstungsindustrie oder über mehrere Umwege. Es spielt keine Rolle. Ein Geldsystem mit all seinen grausamen Erscheinungen wird gestützt und erhalten, indem man es benutzt und sich daran beteiligt. Jeder kann und könnte es wissen. Es gibt weder eine Entschuldigung noch eine Ausrede dafür. Gerade jene sollten es wissen, die im Internet über Geldanlagen faseln, Ratschläge erteilen, wie das Geld vor kommender Entwertung gesichert oder sogar vermehrt werden kann. Von diesen geäußerte Bedauern und Mitleidsbegründungen zu Kriegs- und Folteropfern können nur geheuchelt sein. Es ist fraglich, wie ernst ihre Warnungen davor sind, dass sich die Wirtschaftsdiktatur, die aktuell schon existiert, die sie mit ihrem Tun sogar unterstützen, noch intensiver wird. Aber nach ihrer Auffassung ist Geld kein Repressionsmittel, sondern ein Hilfsmittel des Handels und der Wirtschaft, die stetig wachsen muss. Das Wachstum der Wirtschaft ist jedoch die steigende Armut der Armen. Wie in den vergangenen Beiträgen deutlich wurde, ist die steigende Armut der einen der steigende Reichtum der Reichen. Und das ist das Wachstum der Wirtschaft. Ich betone noch einmal, Wachstum ist nicht Vermehrung, sondern Verlagerung. Es kann also nur eine Entscheidung geben. Entweder ein Geldsystem unterstützen und alles in Kauf nehmen, was auch jetzt aktuell existiert, mit Hunger, Krieg, Gewalt, Unterdrückung und einer Klassengesellschaft, in der eine reiche Elite bestimmt, was die ärmere Masse zu lassen und zu tun hat, inklusive für den monetären Profit zu sterben oder eine Gesellschaft, die sich aus der Knechtschaft des Geldes und damit aus der Macht der Elite befreit. Geld schafft Eliten, wenige, die über vielen stehen. Demokratie ist das nicht. Und damit gibt es auch kein demokratisches Geldsystem. Als Einzelne und als Menschheit haben wir eine Wahl und der Zeitpunkt zur Entscheidung ist jetzt. Du verführst indem du versprichst, führst es ins Dunkel aus dem Licht, nimmst dem das Herz, damit es nicht bricht, damit es nie erfährt, was Liebe ist. Was du in deinen Schulen lehrst und den Gott, den du verehrst, nimm dem für Freiheit seinen Sinn, nimm deine Hand von meinem Kind. Nimm deinen Zaun und deinen Hass und sieh davon und lass die lehrst. Untertitelung des ZDF, 2020